Eine Farbvielfalt und Ausdrucksstärke, vielleicht so etwas wie ein Sound, der nicht nur bei den alten Meistern, sondern auch bei großen Namen modernerer Richtungen wie dem Jazz von Bechstein begeistert. Ein Genre, dessen Musiker wie keine anderen mit ihrem eigenen Sound in Verbindung gebracht werden. Duke Ellington, Dave Brubeck, Chick Corea, Chai Coltrane bei historischen Konzerten. Jüngere Stars wie der Däne Morten Schanz und seine Gruppe, die ihr Land inzwischen auf vielen Festivals in aller Welt repräsentieren dürfen. Musik Nun, wenn man Jazz spielt, ist es sehr wichtig, dass man diese Freiheit hat. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man die Geschichte, die Leute, die angeboten werden, wenn man angeboten wird, wenn man angeboten wird, wenn man musikalisch kommuniziert mit seinen Kollegen angeboten wird. Und man braucht auch die Position. Es ist sehr wichtig, dass man ein Instrument, der dir helfen kann, um die Position zu bekommen, aber auch etwas anderes zu geben, was man nicht wusste, dass man hatte. Wenn ich diese Bechstein spiele, dann fühle ich mich, wenn ich mit Ideen bin, wenn ich verloren bin. Und es ist etwas, das, was, you know, es fühlt sich einfach gut, um zu spielen, zu spielen, wie eine Art der Bühne ist, und es hat seine eigene Charakter. Und es ist sehr schwierig, warum es hat es, aber es fühlt sich gut in meinen Fingern. Und von uns. Und aus.